Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play the Code 3 mit Max und der erste Code ist 35792 wir erkennen jetzt schon die 3 da drin und hf3 ist konfirm und jetzt können wir losgehen Alles klar Nun habe ich eigentlich nichts Ich will es noch nicht WTF Ja, es ist jetzt wieder die erste Map WTF WTF Was war denn jetzt? Der ist gerade gesprungen, der Amboss Okay Hast den Code reingeworfen? Nö, achso, könnte ich mal versuchen WTF 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 WT WTF? Das ist supergut. Alter. Alter. So stelle ich mir ein Intro vor. Bist du da? Oh lol. Geh mal rum um das Ding. Nix drücken, einfach rumlaufen. Okay, du bist nicht bei mir. Hä? Ach, jetzt noch. Ich fiel einfach noch mal rum. Ich hab's gesagt, jetzt. Hä, ich bin jetzt ganz woanders. Über mir ist Holz. Ich drück jetzt den Knopf, hallo? Oh. Was denn das hier? Küssalawa! Hä? Dann bin ich wieder hier. What? Pfff. Holz. Knopf. Ofen. Hier ist ne Schaufel. Ich nehm die mal raus. So. Mit der Schaufel kann ich die Erde abbauen. Ja. Erde ist abgebaut. Was ist das für ne Erde? Die hier auf der anderen Seite war. So und jetzt geh ich nochmal rum. Was ist jetzt hier? Was ist denn jetzt hier für ne Loch? Hier ist Wolle. Darf mal Wolle abbauen? Kann ich gar nicht. Hier ist ne Axt. Mit der Axt können wir Holz abbauen. Genau. Und jetzt? Das ist die... Okay. Ich hab die Wolle. Äh, die Scheiße. Hä? Hä, lol. Ich bin weiter. Ach ne, hier ist Wolle. Hier ist ne Axt. Und jetzt? Wie komm ich hier wieder hoch? Ach, ich hab Sprungkraft. Ich kann hier noch höher springen. Oder? Hallo? Alter, wird hier gebaut? Ach, guck mal hier. Hä? Ach, jetzt kommt hier noch höher. Ach sooooooo. Jetzt macht das alles Sinn. Hm. Macht gar nix, macht hier Sinn. Oh Gott. Alter. Alter. Ich hab die ganze Zeit über 10-3-3-3 durch. Das ist ein Knopf. Ich hab ihn. Hat jetzt was gemacht? Was? Was sind das jetzt hier, Alter? Hier ist jetzt in der Druckplatte. Das sieht doch cool aus. Wir haben den das gemacht. Ich weiß nicht mal wo du bist. Hallo? Da komm ich gar nicht weiter. Hä? Alter. Hm? Nein, da wollte ich nicht lang. Bitte lass mich nochmal zurück. Bin ich hier, Alter? Oh, oh Junge, ey. Hä? Wo füllen die Leute hier hin? What the fuck? Was geht denn hier ab? Was sagst du? Hier ist ein Ding, da ist nix drin. Du kriegst ja voll den Anfall. Ja, warum? Was ist denn? Ist das nicht die ganze Zeit dunkler ein Tellerwerk? Ach so, ja stimmt, ja. Richtig. Was macht der Knopf da jetzt? Ich wüsste nicht. Hier ist ein Amboss. Hier muss ne Lösung rein. Ich hab kein Blatt Papier. Oh. Ist die Karte größer. Oh, ja. Hier ist ein Amboss. Was? Der Knopf ist was gemacht. What? Und hier irgendwas machen wir auch. Ich hab' ich sicher, dass wir nicht mehr... ...wurrugend... ...gesundheit irgendwie durchbekommen. Klar. Also bis jetzt verstehe ich nur Bahnhof Koffer klauen. Hier ist immer noch die Wolle. Oh, ich komm' jetzt hier hoch. Ich drück' jetzt hier den Knopf. Scheiße. Ich hätt' hier den Knopf nicht drücken sollen. Wies ich nicht. Das sind fünf Buchstaben. Ich stim' für Gaben. So, von hier spring' ich. Hä? Ach so, von hier spring' ich. Ich mach' hier oben. Nimm' das Fenster dran. Was ist wo? Hier oben bei dem Ding, was war'n hier dran? Oh, die Leiter. Nix. Nix. Ich hab' ein Stück Papier. Geil. Und ich wüsste wo der Amboss steht. Was sollen wir dann mit uns machen? Haben wir ja keinen Code, oder? Doch nicht. Äh, puh. Sind das vielleicht Zahlen? Hallo, voll überlegt. Was ist das eigentlich für'n bunter Raum, ne? Ich wüsste nicht. Aber das könnte ein TIE Fighter sein. Schnauze. Was machst du denn da jetzt? Ach komm, wir bringen mit deinen Augen, hey. Wie scheiß. Gebrille geht nur am Sack. Zack, zack. Jetzt bin ich hier ganz zurück, oder was? Wie sind wir da jetzt hingekommen? Noch mal. Das ist ja auch, oder? Was macht der Knapp bisher eigentlich? Hä? Lol, ich bin weiter. Da bist du da. Hm? Weiter. Du bist ja weiter. Na, ich wüsste nicht. Du, da ist doch der, da ist doch die Leiter. Hm? Dann kannst du auch immer rechts auch im Kreis gehen. Hm? Alter, ist doch denn, da springst du eben auf'n Druckplatte und dann drückst du den Knopf und dann rennst du da weiter und dann kommst du hier an. Druckplatte gesprungen? Ja, denn irgendwo ist ein Knopf versteckt. Hier ist der Knopf. Und dann weitergehen. Dann geh ich weiter. Und du bist bei mir. Und hier wird's ein bisschen enger jetzt. Hier war ich erst auch schon. Achso, hier warst du auch schon. Ach, hier kommen wir gar nicht lang. Das ist ja interessant. Ist ganz schön eng hier, ne? Dann müssen wir noch ein bisschen schmäler werden. Ah, ich hab ne Idee. Jetzt muss ich nur noch mal hier hochtreten. Knopf drücken. Das sind ja die. Ist das was gehabt? Nein. So Leute, das war's jetzt mit der Map. Ich komm mir jetzt schon nicht mehr klar hier, ne? Kannst du dir sagen, hier nicht? Ich versteh's auch nicht. Beim schmalen Gang komm ich nicht lang. Was? 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 Ich brauch nicht nochmal den schmalen Gang lang gehen. Das bringt mir nix. Was bringt der mir jetzt? Achso, das ist... Die teleporten den scheiß Raum hier. Was seh ich denn jetzt hier auf dem Raum? Ich seh'n bunten Raum. Ich seh'n bunten Raum. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich... Ich auch nicht. Und ich mich jetzt einfach nur umbringe. Und nicht hier wieder ganz am Anfang. Reicht davon irgendwas? Ja. Dieser unten ist immer noch die scheiß Wolle. Was ist denn jetzt mit dem Knopf eigentlich? Das macht er. Der teleportier dich in den Raum wo du die Karten kriegst. Warte mal. Alter. Hä wozu haben wir ne... hä man. Ich bin mir nicht so sicher ob das ne gute Idee war den dritten Teil um so ne Uhrzeit nochmal anzufangen. Klar. Ich halte heute nicht bis um fünf durch alter. Ich will mir die Leiter erzählen. Ich brauche ja nicht lang gehen. Die Leiter führt dich nur zu ner Sackgasse. Ich fühl sie auch noch. Hier ist nix. Das ist wenn ich da etwas reinleg. Ist n das Fenster? Ich bin nix nem das Fenster sammschießen. Mit nem Hebel. Das ist n Gitter davor. Hä wie bist denn du jetzt hochgekommen? Dann hab ich mich umgebracht. Ich bin... Hä wo steh ich denn hier? Ach pfff jetzt bin ich wieder hier. Wollen wir mich wieder umbringen. Ach pfff jetzt. Ach pfff jetzt. Ach pfff jetzt. Ach pfff jetzt. Ich mach dir die Wolle kaputt machen. So und hinter der Wolle. Wer ist denn die Fähre? Jep. Wo ist denn hier her? Geh mal zur Lava in dem Raum und drück mal rechts Slack. Alter Knutsch ihn ne. Der Spencer war direkt hinter der Lava. Ist mir heute aufgefallen. Wie ist das denn das jetzt rausgefunden? Na ich bin die Leiter da hochgegangen. Bei dem komischen Orangenen. Ach so. Ah ok. Alles klar. Ich warte mal hier auf dich. Wo ist denn jetzt die Scheiße? Einfach nach unten wenn du dich tötest. Was sollst du sagen dass ich da der Block bewegt? Das haben wir auch gerade gefragt. Ich lasse es an. Ich lasse es an. Ich lasse es an. Ich lasse es an. Wo kommt es nicht hoch? Wie bist du denn da auch gekommen? Hä? Wieso bist du jetzt beim. Hallo? Ist jemand unten. Hä? Und was ist der denn da? Dann bist du ja auch gekommen. Ah nein den Knopf darf man nicht drücken. Ich hatte noch Sprung drauf von erst. Oder so irgendwie. Du musst einfach nur über deinen Block laufen. So. Ach so. Ui. Ui. Oh. Scheiße. Was ist jetzt so oben cooles? Sind wir hier unten? Was ist jetzt so oben cooles? Sind wir hier unten? Hier geht's so runter. Ach du Scheiße. Jetzt geht's los ein. So was könnte das sein? Sind das Buchstaben? Das ist ein Penis. Das ist ein Penis. Ja. Das ist ein A. Das ist ein A. Das ist ein Sieben. Das ist ein Null. Das ist ein C. Und du ist das jetzt nicht? Das ist ein A8. Ne 8 mit einem Arm. Die wegen Graß. Was ist das, blöd Papier? Egal, 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 egal. Das fickt jetzt meinen Kopf. Das fickt meinen Kopf. Wo sind wir denn hier jetzt? Ich glaub hier würde ich gar nicht rein. Acht. Ho, wo. Warte, lol. Okay. Das hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Hallo? Achso. Oh, das ist nichts gemacht. Jetzt. Jetzt. Jetzt ist das hier wieder zu. Wir müssen da schneller rüber. Hat es nur wieder nichts gemacht. Was? Was? Was ist denn denn? Wir müssen jetzt erstmal kommen wir mal hierher. Wenn wir jetzt den hier drücken. Ah. Hier ist der Peters. Was? Was sollt ihr mir jetzt sagen? Mach den mal nach oben. So. Wir haben jetzt Zeit.